Guti, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles Russia, der Zug der Revolution. Gewehrschalldämpfer bekommen wir mit 1500 Punkten, 2000 Punkte für die erhöhte Gesundheit brauchen wir. Und die Belohnung von 400 Punkten bekommen wir, wenn wir Informationen von den Templern beschaffen. Don't worry, child. I will take care of these people. Genau. Wir kümmern uns um den Rest. Ach, das Teil wieder. Das war sehr knapp, ja. Find that box. It has to be on the train. These agents might be a problem. I should leave myself on them. Have you found anything? No, not yet. But she's here. Gut, einen kriegen wir. Oh nein. Und dann hat er uns. Wie macht man das denn am besten? Wir können uns Zeit lassen. Das ist nicht auf Zeit. Das muss ich unbedingt bedenken. Ganz ruhig. Komm noch vor mich. So ist schon... Oh, schön. Ach, so wird das auch nichts. Wie kommen wir denn am besten an die Leute? Kommt erstmal ran. Kommt auch nicht mehr hoch. Vielleicht hätte ich mich... erst da hoch schießen sollen. Das ist die Idee. Das mache ich jetzt. Kommt, schießt mich ab. Oder Checkpoint neu starten. Geht schneller. Und go. Go, go, go. So ist schön. Das ist die Idee. Ach, Dreck. Jetzt hat er mich hier angeguckt. Nochmal. Der darf mich doch nicht angucken. So, hier sieht er mich nicht. Wieso hat er mich gesehen? Das wüsste ich ja jetzt mal gerne. Wie konnte er mich sehen? Das verstehe ich nicht. Okay, die drei sind weg. Schattengold. Na also, geht doch. Die nächsten bitte. Da hing er da unten. Wie so ein nasser Sack. Okay, wir müssen warten, bis der andere sich umdreht. Er wird sich nicht umdrehen. Aber der wird runtergucken. Runtergucken ist sehr gut. So, der nächste. Dankeschön. Damit sind wir eine Menge los. Der hier könnte uns in der Mitte gefährlich werden. Denn der kann immer alles sehen. Und die können ihn sehen. Wie kommen wir denn da ran? Ja, wie gut, dass mich niemand sieht. Ach, Dreck! Das mit denen oben ist klar. Das ist nicht so schwer. Okay. Okay, die haben wir. Aber die unten, das ist mir nicht, nicht klar. Da, die kriegen wir auch nicht weg. Und wenn ich den... Nee, der geht immer noch nicht weiter. Ich muss mir den anderen nochmal angucken. Der wird noch besser bewacht. Okay, ich versuche mal hier einzudringen. So, das ist ja schon mal was. Das ist doch alles zum Kotzen. Wie soll man das machen, ohne entdeckt zu werden? Hätte ich noch mal eine Rauchbombe zünden sollen. Wahrscheinlich. Okay, zwei Rauchbomben. Wie konnte mir der mich sehen? Ich war hinter der Kiste. Ist das fies. So, jetzt ist Schluss hier. Schattenbronze. Scheiß drauf. Sagt man nicht. Aber sowas finde ich unfair. Wir müssen einem ja irgendwo eine Chance lassen, das Ganze in Gold zu bekommen. Oder hätte man den Stromkasten... Ah, daran habe ich nicht gedacht. Da hing bestimmt ein Stromkasten. Was war das? Okay. Der hat sich selbst erledigt. Der nächste, bitte. Schattengold. Schattengold. Okay. Dabei sind wir hier noch gar nicht durch. Körper gefunden. Oh je, ein Körper. Wie schlimm. So, jetzt ist schon mal das Licht bei euch aus. Ach, Mann. Hier, komm, töte mich. Du musst mich schon treffen, Freundchen. Die sind immun gegen Gasmasken. Ich kann gerade sagen, wo bin ich denn hier. Aber das war ja am Anfang des Zuges. Das ist schon richtig. Pass mal auf. Erstmal werden wir das Licht dimmen. Dann können wir pfeifen. Dann können wir pfeifen. Ausgesetzt, der andere kommt nicht so weit. Ne, kommt er nicht. Was ist das hier? Ich habe irgendwas ausgelöst. Okay. Du bist der Nächste. Ach, shit. Ja, ist klar. Vielleicht sollte ich einfach einen Kopfschuss verwenden. Ich weiß auch nicht. Das ist mir manchmal doch zu kompliziert. Was macht dieses Teil? Das wüsste ich gerne. Das wüsste ich gerne. So, weg damit. Außerdem können wir das eine Kabel trennen. Sehr gut. Das sieht doch schon besser aus. Dann kommen wir auch an den hier ran. Komm mit. Da rein. So, ist gut. Allerdings sind jetzt alle Kabel kaputt. Den können wir nicht mehr da reinlocken. Aber ist nicht schlimm. Das war's. Schatten Gold. Na also. Ah. Es wurde aber auch Zeit. Wir sind schon der Deadly Shadow hier. Opsala. Beinah reingelaufen. Komm mit. Na, komm her. Komm mit. Tschüssi. So, wenn der sich jetzt noch einmal umdreht. Gehört er mir. Dankeschön. Schatten Gold. Ja. So langsam wird's doch. Wieder sowas ekliges. Diesmal ein Stückchen schwieriger. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.